ja da sind wir wieder wir zwei abgefuckten freaks ja und ich bin wieder der rp und das daneben ist ja die 34 ja dann geht es auch gleich los mit dem grind ich bin lucifer dankeschön fürs vorstellen und geht's mal direkt weiter ja ladies first einfach mal vollgas geben scheiß auf die gesundheit okay es gibt style steil ja toll auch das war's oder was ja ich will auch bis was anderes vorgestellt gibt es mal gleich weiter zu grind 22 aber das sieht ein bisschen anspruchsvoller aus ich bin so doof dass man immer dann bei einzelnen leerzeichen machen muss bei den anderen dann nur ein nichts passiert ja ich warte dann schon mal ne oh boah scheiße was mache ich denn hier für scheiße ich hab's gesehen was mache ich denn hier für scheiße ich glaube du wiederholst dich das war das war ein fehler vom von fraps hat es doppelt aufgenommen wirst du bescheiden youtube so ich werde doch achtung ja das haus gut ja geht es mal gleich weiter mit was denn überhaupt drei gibt es nicht nur nee oh mein fucking gott 1 was mfg 1 wo steht denn das ach so ich soll mir hier lieber ein fahrzeug nehmen ach komm wir machen einmal so wenn ich dann go gut oh juhu ja man man wegen dir bist so ein pisser ja komm jetzt lass uns die bikes holen hier nö ich mache jetzt bär und hol mir eine waffe äh ein fahrzeug ja du weißt aber schon dass die dann immer noch da drinnen bleiben ne man die sind weg dann ich bin der beste so ich komme nicht raus nach jetzt noch ich war ein bisschen voreilig alles nur wieder wegen dir wegen dem schwarzen neger hey nicht hier so rassistisch werden werden nein auch gott ja leute ja ich bin jetzt auf der golden gate bridge oder wie das ding heißt du kannst nicht rückwärts fahren wir fährten da schon rückwärts warte mal warte mal aua warte nein nein ja mann du lukas wo bist du denn ach man manchmal so dann geht es mal los hier los ja mann wuhu geile scheiße was gib nitro gib nitro gib nitro ich weiß gar nicht wo ich die kamera reinmachen soll boah geil ey nein 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 ich habe sicher alle jahre ja hehehe lukas nein sonst explodiert hier oder so so kosten question gekommen Irkommel erfahren du kannst fahren ja alter ist dei reliker und so entdeutend unserernerschaft den ersten cool natürlich machen wir das willkommen bei der omfg map 2 von freeloader scheiße aber es ist jetzt nicht so dass wir einfach nur gas geben und das war's nein wir lenken auch ja das geht ja flott hier kommt k2 3 bitte hältst mich nicht so jetzt lass mich mal vorkommen hier noch immer diese egoisten ich weiß gar nicht was du jetzt willst du es war das alter ich gebe es mal vollgas hier vor krass waren rein weiß ich hab's geschafft nein ich mache es noch mal wegen dir warum wegen mir du hast mich geschickt zu meinem fall in der röhre stecken geblieben bist bin ich nicht das war das war mein auto ach so krass man kommt 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 ich hab's geschaffen ja geil 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 alles geschafft und ich lande auf dem haus ja wir haben es geschafft ja gleich zu viel ich hoffe es gibt doch im vierten nein leider nicht parkour gibt es jetzt so eine parkour ach so parkour machen wir jetzt parkour eine parkour gibt es wirklich nicht mehr dann dann trek es kann das was spannendes sein willkommen bei breck was wo ist mein auto weg mein gott eh holen neues ich warte hier alter ich muss ah shit ich muss langsam mal eine aufnahmepause machen warum mein ohr tut schon weh ja da hast du dir wohl ein schlechtes headset gekauft mein ohr tut nicht weh nein ich meine das innere ohr warum denn keine ahnung ich glaub zu laut bissel ich bin durchgefallen durchschiss oder was so geht's lang hier aus ach so sorge habe ich nicht gesehen oder da geht's lang ok ok war ein bisschen strange gerade lass mal hier wo ok aber hier diese ramfe würde ich da gerne fahren die geradeaus oder was ja hier diese ganz große irgendwie ja wie kommen wir da hoch ach scheiße dann gucken wir dann mal ich gehe mal aufs schiff ach du scheiße nein der kran ja toll gut kommen jetzt nicht mal weiter hier das war es also ne ja gut ich muss sagen preck ist jetzt irgendwie nicht so mein ding hier war nichts besonderes halt preck roffel das hört sich doch gut an das hört sich auf jeden fall gut an an oder doch nicht doch sehr froh let's fucking go man ok let's ram alter was oh mann alter dickes dickes ding alter ich hab's noch geschafft was geil oh lukas kommt das müssen wir nochmal machen ach so ach so das sieht richtig geil aus dann zum ende also gut ich fahre bestimmt noch nicht beim ende aber trotzdem willkommen bei der roffel map von schwib schwab ja schwib schwab rennen kack rennen kack rennen kack rennen durch die schmale lücke und go oh wir haben es geschafft also what the fuck for strange alter oh scheiße nein ich hab's dir nachgemacht du pisser mann du hast nach rechts gezogen bin ich auch nach rechts boah sind wir hoch alter wie geil ist die map bitte was nein ich lukas ich lukas ich war beinahe da durchgefallen durch das loch wieder in die röhre rein geile map ja die roffel find ich cool die ist echt geil oh nein ich hab das oh mann ey jawoll jawoll oh scheiße alter oh krass oh krass oh krass oh krass oh krass yeah oh nein oh nicht aus nicht out of control ich bin durch die map gefallen ja ja soll ich noch mal warten ja verdammt ja mann gerade gerade als ich es gesagt hattest du ey mann ey um diesmal schafft es da drinnen ich schaff es immer ich hab dich gerannt gar nicht wahr doch ernsthaft alter ja mann es gibt es da ja ich sag immer style anstatt steil ey wegen dir bin ich da voll gerade daneben ey das wird immer steiler oh äh schön oh krass alter neeeeen mann so leide wir versuchen es jetzt einfach nochmal so meine let's player ne hm gut ich warte mal da mach du noch einmal komm ich mach auch noch einmal mit und dann müssen wir gleich schon wieder beenden das geht immer so schnell wenn man Spaß hat ich hab doch hier keinen Spaß oh ja bei mir leckt es grad schaff ich scheiße mann wo bin ich jetzt schon wieder hier alter das kriegt mich doch auf so jetzt ganz gerade so gut aber ich nehme weiter auf also passt auf was du sagst ja ich weiß nicht was da das Problem ist meine festplatte ist voll das ist das ist geil gut ähm also ich hab das ende geschafft irgendwie ich auch ja ist gut ja dann machen wir wie viel haben wir jetzt schon aufgenommen ich guck grad mal eins zwei drei vier fünf fünf ne aber jetzt diesen diesen part fünf fünf minuten achso ne der ist fertig der zwölf ja gut dann hören wir jetzt mal auf dann schafft er auch noch bisschen platz und dann ja vielleicht geht es dann noch weiter also bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss